ein neuer tag ein neuer booster folge 1093 hallo herzlich willkommen es geht los mit overconfidence and carelessness ishika nakano ja da muss ich jetzt hier ein bisschen von der seite darauf gucken das konnte ich durch die kamera nicht lesen so klein wie das gedruckt war tea break on the sofa miku nakano nur hier nino nakano dann haben wir irreplaceable bond jotsuba nakano oh nice wieder eine super rare new year miku nakano und wir haben es beim letzten mal schon gemacht ich schaue schnell noch mal auf card market was diese karte wert ist ja und da ist das gute stück ich würde mal sagen da haben wir den nächsten hit also es geht hier los mit 39 90 bis hin zu 50 euro es gibt aktuell sechs verfügbare artikel davon ja und ich bin begeistert muss ich sagen ich habe erst gedacht das ist die doch nicht oder aber doch das ist die ja die nummer stimmt auch die 92 und dann die super sehr 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 nice karte schöner hit gefällt mir sehr gut dann geht es weiter mit der ankamen karte spur of the moment reply ishika nakano noch eine ankamen karte und zwar schultripp nino eine rare und das ist pure wish miku nakano und die letzte karte noch mal eine climax wie immer zum schluss eine climax kommen diesmal intensifying love ja bedanke ich mich bei euch dafür zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen und wenn ihr wollt dann sehen wir uns